Musik Endlich! Burg Eppstein hat wieder geöffnet. Seit fast zwei Jahren ist es her, seitdem wir die Tore geschlossen haben und schließen mussten. Zunächst wegen Corona, dann wegen Baumaßnahmen. Und es hat sich vieles getan hinter dieser Mauer. Und ich darf Sie einladen, Burg Eppstein in unserer wunderschönen Stadt zu besuchen. Schauen Sie doch vorbei! Musik Jetzt kennen Sie schon mal Burg Eppstein von den Bildern her. Tolle Videos, vielen Dank dafür und schauen Sie doch am liebsten vorbei, live hier auf Burg Eppstein. Parkplätze haben wir auch genug, am Stadtbahnhof und am Wochenende bei der Firma Eppstein-Volz in der Burgstraße. Musik 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 Musik